Ich bin Christian Brunnerschwer, ich bin für das Team Weltnova heute hier beim Businessplan Wettbewerb und wir schweißen sehr gerne. Wir bei Weltnova haben eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, dass Laser und Laser hybrid schweißen, auch für dicke Bleche, das heißt 15 mm oder aufwärts, anwenden zu können. Das war bisher nicht möglich. Wir haben eine Technologie, die das ermöglicht und dadurch die Fertigungsschritte oder die Schweißfertigung von großen Stahlstrukturen deutlich beschleunigt. Große Stahlstrukturen sind zum Beispiel Türme von Windkraftanlagen, Brücken, Schiffe, Behälter, also Behälterbau, Druckbehälter etc. Die von uns patentierte und entwickelte Weltnova-Technologie ist in der Lage, das Schweißen von solchen dicken Blechen um ungefähr den Faktor 10 zu beschleunigen. Wir können auch noch 90 Prozent der Kosten dabei sparen und sind auch noch nachhaltig sehr gut unterwegs. Das heißt, wir sparen 80 Prozent der Energiekosten und sind 16 mal weniger CO2-Ausstoß beim Schweißen von solchen dicken Blechen. Um so einen Turm zu schweißen, braucht man aktuell, wenn man durchweg schweißen würde, mindestens eine Woche, unseren Turm herzustellen. Mit unserer Technologie schaffen wir es an einem Tag. Die technologischen Vorteile der Magnettechnologie sind, dass sie kontaktlos arbeitet. Sie kann für alle Schweißprozesse eingesetzt werden, inklusive der Lasertechnik. Sie arbeitet ohne Verbrauchsmaterialien und ist für alle Materialien, die elektrisch leitend sind, einsetzbar. Wir wollen die Technologie sowohl als Retrofült anbieten, das heißt man kann bestehende Anlage damit frisch ausstatten oder auch Gesamtanlagen herstellen, die dann schlüsselfertig an den Kunden verkauft werden.